Kinder internationaler Notstand. Ich hab grad ne Pokémon-Folge aufgenommen und ich hab gesehen, ich hab nur noch ein halbes Glas Bier. Gar kein Bier mehr im Haus. Scheiße. Dann eben nicht, dann machen wir das ohne. Wir wollen mal ein bisschen clean. Was war das denn? Warum krieg ich eigentlich jetzt schon wieder irgendwelche Mails? Leute, unerzeugen. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Unerzeugen. Warum? Warum so schnell? Was soll das? Ich will doch nicht immer hier Beratung spielen. Nur weil ich Tutor bin, heißt das nicht, dass man mich 24-7 anblüffeln kann. Ne. Ich hab sogar noch Wochenende. Wir haben den 7.03.2014. 18.24 Uhr, wo ich aufnehme. Also, ne halbe Stunde bevor das Video hoffentlich oben ist. Und ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ich will jetzt... Ich hab Wochenende. Jetzt ist es vorbei. Hier wird nicht nur noch Beratung gemacht. Normalerweise sollte ich das berechnen. Eine Ingenieurstunde. Wie viel kostet die? Ist ganz schön teuer, ne? Weißt du, dass Pokémon sich entwickelt? Hilma. Äh, was war das? Das war ein Wurzel. Soll ich mal raten, wo du das her hast? Ich könnte es mir fast denken. Na, hast du hier gefunden, ne? Wolltest du wohl klauen, ne? So. Madbaron 1. Wilma 0. Heißt der Wilma? Hilma? Wie hieß er? Wilma. Der mit Fred Feuerstein verheiratet? Ne, Hilma heißt er. Uh, will nichts gesagt haben. Will nichts gesagt haben. Sonnenkern. Das ist auch geil. Das ist auch so ein Pokémon, was ich nie verstanden habe, was es überhaupt bringt. Das hatte ich auch noch nie. Genauso wie Korazon. Oder... Ich wollte ja in Pokémon Silber damals, wollte ich ja eine Remoreit fangen und das zu Aktillerie entwickeln. Aber das hat mir so lange gedauert. Vorher brauchte du schon Wasser-Pokémon und ich hatte einfach nichts. Da braucht die nur eine Super-Angel und die kriegst du erst in Kanto. Was soll der Scheiß? Warum? Na, das soll der Mist. Das bringt doch niemanden weiter. Ich war einfach nur traurig dann hinterher. Weil ich dann so ein Vieh nicht haben konnte. Weil ich wollte das doch eigentlich haben wollen, können, tollen, sollte. Aber gab es nicht. Hm. Und das wird dann wahrscheinlich auch der Grund sein, warum man es nie hatte. Bei Pokémon ist es ja so, du hast am Anfang so deine Gang und die bleibt dann bis zum Ende. Meistens gewinnst du das Spiel, spielst du das Spiel durch mit dem Habitag noch im Team oder dann später noch im Ibitag. Wie auch immer. Deswegen ist so ein Randomizer auch ganz cool. Da hast du mal bis zum Ende was anderes. Nicht immer den gleichen Scheiß. Hier wird sich so ein Raupi, das du dann hinterher noch zu Safgón, Smetbo dann hinterher entwickelst. Aber das ist auch so ein Pokémon, das schmeißt du dann relativ schnell raus. Das habe ich jetzt bei Pokémon X und Y gemerkt. Da hatte ich mir auch ganz am Anfang, habe ich mir einen Hornliu gefangen. Habe das dann richtig geil zu Bibor weiterentwickelt. Habe gedacht, ja, der bleibt im Team. Das ist voll der super Typ. Auf Level 13 habe ich ihn dann ausrangiert. Dann gab es den auf einmal nicht mehr für mich. Ja, dann war aber auch zu spät. Wollte ich den nicht mehr. Dann war der schon überholt. Habe ich auch so komische Feuerviecher und was da nicht alles. Kann sich doch kein Mensch die Namen von den neuen Pokémon merken. Ich meine, wer macht das denn? Hat doch viel zu viele Lateinvokabeln im Kopf, als dass ich mir so einen Scheiß wie merken müsste. Ne. Ich gehe jetzt einfach mal weg, weil Magneton total langweilig ist. Ja, langweilig ist das. Da habt ihr schon richtig gehört. Das ist langweilig. Es ist nicht gefährlich, es ist einfach nur langweilig. Letztes Mal hatte ich ja gesagt, dass ich das viel Scheiße finde und dass es so ein bisschen zu meiner Hass-Top 10 führt. Aber, na. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Top 5 der nervigsten Pokémon von allen. Platz 1 dieses komische Käfer-Pokémon, das Stier. Das man nur mit so ganz komischen Attacken angreifen kann. Ninn, Ninn, ja, Tom oder wie das hieß. Hey, warte, warum die Eile? Gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir durch den Vertania-Wald durch. Und wir haben es gerade mal Part 10 haben wir nur. Was, was, Rudolf? Oh! Oh, Rudolf. Jetzt greifst du aber mal ganz tief in eine Trickkiste hier, wa? Also, komm, bisher ist es noch gediegen, so was gegnerische Pokémon angeht. Und wenn es legendäre sein sollten, dann kriege ich sie trotzdem kaputt. Aber, am Ende, da geht es dann wahrscheinlich richtig zur Sache. Wenn so die Pokémon auf Level 56 oder 60 oder 70 oder sowas sind, dann kriege ich dich aufs Maul. Uff, du bist zu gut, ich gebe auf. Dass sie auch nicht Angst haben, solche Leute, das verstehe ich auch nicht. Normalerweise, du bist ja am Anfang da und dann sagt Professor Eich hier, darfst nicht ins hohe Grad, warte mal, was steht hier? Auf Wiedersehen im Vertania-Wald. Der nächste Ort ist Marmoria City. Hm, dann sagt... So viele Leute zum Reden hier. Achte auf Büsche am Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik klein hangen. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du solltest dich überall umsehen, um verschiedene zu finden. Man kann die Entwicklung eines Pokémon stoppen. Bricht man sie ab, dann bleibt das Pokémon, wie es ist. Und da wird sich auch nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Wo war ich gerade? Ja, das ist doch gefährlich. Wenn die jetzt hier so im Wald, wo Mewtus rumlaufen, nur mit so einem, hier, Kabador zugange sind. Das ist doch gefährlich. Habe ich keinen guten Grund zu. Das ist fancy, ne? Wie kriege ich das denn jetzt? Hm. Paralysieren wir das erstmal. Ich darf's fangen, das ist es ja gerade. Ja? 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 Aha, aha. So, bevor es mich jetzt kaputt haut, wechsle ich mal lieber auf... Cindy! Komm, mach mal was für dein Geld. Ihr habt euch ja beschwert, dass ich Jiraiya nicht gefangen habe. Das werde ich jetzt versuchen nachzuholen. Ich hab das Vieh noch nie gehabt. Ich hab keine Ahnung, was für ein Typ das hat und was... Keine Ahnung, null! Ich weiß nicht, was er kann. Ich mach das jetzt einfach mal so. Und warte darauf, dass ich vielleicht mal eine Chance kriege, es mitzunehmen. Scheiße! Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, Cindy! Cindy, warum bist du wieder verwirrt? Hast du dich lange genug auf dem Sofa rumgelümmert, oder was? Muss doch so eine Minute, oder was? Kann ich mir vorstellen. Mal wieder... So, wenn wir jetzt nochmal mit Cindy angreifen, dann ist es problematisch. Wie wär's, wenn wir jetzt... Fancy ist mir aber ein bisschen zu risk... Doch, komm, wir kommen zu Fancy zurück. Los, Cindy, zurück! Los, Fancy! Cindy und Fancy. Das ist aber auch beides so ein bisschen assi, die Nennen, ne? War Muli-Bads beste Idee, dass wir das Vieh-Fancy genannt haben. Ja, Konklusion. Ist gefährlich jetzt. Ich will's ja nicht kaputt haben, ne? Deswegen, jetzt haben wir's im roten Bereich, jetzt ist cool. Jetzt kann ich ihn mal auf... Auf Cindy tauschen. Haha, beinahe, schon wieder Fancy, wie gesagt. Ja, ist klar, das kann man sich nicht so gut merken, beides. Ah, ja. Jetzt geht's aber los. Okay. Cindy ist wieder fast gut. Okay, ein Pokéball hab ich. Konk? Ein Chiraki mit einem Pokéball zu fangen. Mal gucken, ob's klappt. Vielleicht klappt es ja. Geil. Ja, das war ein Wunschtraum von mir, ich gebe es zu. Ich würd's aber gerne haben. Hätte ich mal letztens hier noch ein Pokéball gekauft. Da ist egal. So, weg damit. Ja, ja, sein könnte, dass wir das hinkriegen, aber so nicht. Ich meine, ich hab die Fangraten so ein bisschen generalisiert, das heißt, man kann alle Pokémon mit der gleichen Wahrscheinlichkeit fangen, aber vielleicht hab ich das auch nur geträumt. Vielleicht war das ein Fiebertraum. Kann sein. Hier gibt es nur wenige ernsthafte Pokémon-Trainer, aber Rocco, der Arena-Leiter von Amoria City, versteht sein Geschäft. Tipps für Trainer. Unabhängig von der Dauer seines Einsatzes, erhält jedes Pokémon für die Teilnahme an einem Kampferfahrungspunkte. Unabhängig von der Dauer. Das ist wie Fußball, weil unabhängig von der Dauer, wie lange die mitgespielt haben, kriegen die ja auch Geld. Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Jetzt sagt nicht, dass sie jetzt... Kannst du mir nicht sagen, dass sie verschieden Geld kriegen. Das hat auch mit der Einsatzdauer nichts zu tun, das hat mit dem Namen zu tun. Wenn du einen guten Namen hast, dann kriegst du viel Geld, wenn nicht, dann nicht. Leute, macht mal die Augen auf. Ihr werdet da verarscht, aber nach Strich und Faden. Meint ihr wirklich, dass sie es schaffen würden, weiß ich, so 90 Minuten lang zu spielen und dann 0 zu 0 zu machen? Ganz ehrlich, geht doch mal in die Regionalliga. Guckt euch da mal die Fußballspieler an. Da ziehen die dann gegenseitig sich so mit 16, 15 ab oder sowas. Das ist ein ganz anderes Kaliber, aber das kannst du im Massensport nicht bringen. Nö, 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 da will keiner Tore sehen. Ja, die Simpsons haben schon recht, wenn sie sagen, Fußball ist scheiße und langweilig. Manche Attacken kann ihnen jedoch nur ein Trainer beibringen. Ja, nicht wenn man selber spielt, das ist ja wieder was anderes. Aber so diesen Massensport, das ist doch alles abgekartet. Die lasst du dich auch noch verarschen und gebt dafür Geld für Fanartikel aus und so weiter. Das ist immer ja niedlich. Aber macht, 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 ist nur gut für die Wirtschaft. Konsum ist immer super. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie, das habe ich ja gesehen. Ich sehe das ja, komm, dass hier nur solche Viecher sind, die ich nicht fangen kann. Sowas wie Hierakie oder die anderen Mewtwo und so weiter. Nö, nö, nö. Du brauchst gar nicht deine Pokébälle benutzen. Hey, weißt du, was ich hier mache? Ja. Stimmt, es ist harte Arbeit. Nee, nee, jetzt ernsthaft, was machst du da? Ich versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Mamoria City, die steingraue Stadt. Ist dein Garten, das ist auch lustig. Weil da noch nicht mal ein Haus dran ist, das ist ein Schrebergarten. So, jetzt möchte ich weitergehen. Pokémon-Phänomen Nummer 1. Du darfst nicht weiterlaufen, bevor du nicht mit irgendjemandem gesprochen oder irgendwas erledigt hast. Roku, steh nicht auf der Suchenden neuen Herausforderer an. Folge mir. Ich will da nicht hin. Stell dir mal vor, das wird einer mit euch machen. Der wird euch einfach... Ihr wollt irgendwo hingehen, er zieht euch mit, woanders hin. Ey, den würde ich so zusammenschlagen. Der wird seine... Eine Woche lang wird er seinen eigenen Namen nicht mehr kennen. Hallo? Recht an eigener Person und Freiheit und all sowas? Lass mich mal in Ruhe, du Arsch. Wenn du genug Mumm hast, dann versuche dich an Rocco. Oh Gott. Den kennen wir ja noch von damals. Rocco. Mit deinem Kleinstein. Gerüchten zufolge sollen die Pipi vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf den Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Pipi ist ja so ein bisschen... Gengar soll ja die Schattenseite von Pixi sein, oder wie war das damals? Ich meine, ja. Da gab es doch irgendeine Theorie, die ich immer wieder anspreche und nie zu Ende führe, damit irgendjemand einen Grund zum Kommentieren hat. Warst du schon im Museum? Nein. Wirklich nicht. Es ist aber einen Besuch wert. Ich kann selber laufen. Ich sitze hier im Rollstuhl. Es ist gleich da drüben. Man muss zwar Eintritt bezahlen, aber das ist es wert. Sag mal... Sind die hier alle... Die sind alle verstrahlt hier. Kannst du mir nicht erzählen. Die sind alle doof. Nehmen wir mal hier rein. Und du? Bringst du mich auch irgendwo hin? Wenn man seine Pokémon einfrikt trainiert, können selbst schwächere Pokémon für Überraschungen gut sein. Ein zwielichtiger alter Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angedreht. Das ist vollkommen schwach und hat 500 Dollar gekostet. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, was machen wir denn? Zwei Pokébälle. So, das machen wir. Das ist schön. So. Können wir in der nächsten Route wieder was fangen. Versuchen. Dann hinterher nicht schaffen. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Hallo. Nidoran, sitz. Unser Pokémon ist ein Außenseiter, deshalb ist es schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch, doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unerfahrenen Tränern nicht gehorcht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Habt er aber nicht. Habt ihr nicht. Wenn wir jetzt Geld haben, was kosten so Eintritte in so ein Museum? Dann gucken wir uns das auch nochmal schön an hier. Stehen da. Namoria City Wissenschaftsmuseum. Hallo. Ich würde gerne hier rein. Für Kinder kostet der Eintritt 50 Dollar. Jawohl, da machen wir doch mit. Bitteschön. Was ist das denn hier? Erodactylfossil. Ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Das ist ein außergewöhnliches Fossil. Kabutopsfossil. Ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Oh Gott. Ich hätte gerne einen Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Mein Papa soll mir eines fangen. Ja, ein Pikachu. Ich verspreche, ich fange eins. Space Shuttle. Ich hätte gedacht, das wäre eine Bockwurst. Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung. Wow. Mondstein? Was ist daran so einzigartig? Der 20. Juli 1969. Die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. Das ist aber auch komisch. Ich habe, glaube ich, das Gefühl, so ein bisschen, dass Pokémon in so einer futuristischen Welt nach dem Dritten Weltkrieg spielt. Und auf einmal gab es Pokémon. Und irgendwelche komischen Experimente wurden gemacht. Und dann wurden DNA von Affen mit DNA von Meerschweinchen. Gerüchten zufolge sollen Pipi immer noch vom Mond stammen. Und Arena und vom Mond. Und dann ist da ein Schimpanse, der reitet auf einem Ananasschwein.